Wenn ich mir die Rackdoll Stage of Tua Hart sichern würde, sie 93, würde ich sofort bauen. Ich häng da nämlich schon wieder fest. Kann ich dir nicht behalten. User, join your channel. Moin. Oh, jetzt kommt der Kai auch mal hin. Ja, dann ist das mein letzter Versuch. Dann können wir im Squad spielen. Ich hab's geschafft. Ja, nur weil du nicht gegen mich gespielt hast. Heute Morgen aber auch richtig schlechter Rund. Das war richtig erstaunlich. Ich glaub, der hatte sich an meinem Ranking-Level gefühlt gehabt hier, der auf meinem Rechner gemacht hat. Also, das heißt, auf meinem Rechner auf meinem Account. Und kaum hat er das gemacht, töt ich selber. Wie Maxi eben sagt, wenn man so aufbiegen und brechen braucht, passiert es nicht. Weil jetzt zum Beispiel, als wir unsere Schlossrunden hatten, wir abgesprungen sind, konnte ich plötzlich selber Leute erschießen. Wow. Wow. Ich brauch noch einen MP-Kill, dann ist die Wochenmission abgeschlossen. Ja, aber das ist bei mir das Problem, in Anführungszeichen, dass ich gleichzeitig auch versuche, die Sturmgewehr-Kills zu machen, und ich aber mit einem Sturmgewehr partout nicht umgehen kann. Meine Jacke ist weg. Das ist doof. Meine schöne Jacke ist weg. Das ist auch doof. Jetzt mal eine ganz klassische Runde. MP. MP. Die Stoffel? MP. Nein, das geht nicht auf der Map. Aber schön, die UMP. So ein Scharfschützengewehr. Maxi und ich sind bereit. Ja, dann könnte er schon mal Meier machen. Das hört sich irgendwie falsch an, wenn du das so sagst. Schön, dass wenigstens einer lacht. Ich müsste 20 Minuten auf Miramar spielen oder auf Sandhock 300 Schaden zufügen. Ich bin doch erst mal Miramar. Würdet ihr das tun für mich? Ja. Ich brauche noch Premium. Premium hat, es hat eh noch Zeit. Es ist auch dreimal in der Blauen Zone einen Boost nehmen. Wir müssen noch ein paar Mal machen. Und dreimal bei Kommodrom einen Kill machen, dann bin ich damit durch. Ich muss noch fünf Mal den Boost nehmen in der Blauen Zone. Und noch drei Kills. Drei Kills im Schloss. Das ist echt nicht mehr viel. Also ich war total begeistert gestern. So, hä? Habe ich den gerade erschossen? Maxi und Tanja hat einen erschossen. Das war lustig. So. Achso, wenn wir auf Gangs spielen, dann ziehe ich mich aber wieder um. Ich bin mir auch. Bin gerade dabei. Miramar, sprich Wüstentagen. Vielleicht gehe ich so lange aus dem Chat heraus. Wirklich? Wirklich? Ja. Aber wo gehst du hin? Weiß ich nicht. Mein Hörzuführer hört nicht zu. Hatsch halt die ganze Zeit, weil ich ja meine Aufnahmen auch erlaufen habe. Das wäre ein bisschen nervig. Ein bisschen, ja. Ich würde dich erschlagen. Er hat seinen Sound gemutet, also er hört dich nicht. Achso. Ich kann mich auch einfach hier muten und stumm stellen und dann komme ich einfach gleich. Oh. Oder so. Ach, gleich dann. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Sound muted. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja. pet change. Bis gleich. Has und arbeiteten schnell zugriff drauf die definitiv die mission liga muss schon abgeschmissen weil ich bin nämlich außerhalb jetzt gerade so ich glaube ich dass meine maus langsameinig als aufgibt wie hält er die linke maustaste manchmal nicht mehr und ich kann die die abgasrate nicht mehr einstellen bisschen seltsam wollte ich eigentlich keine neue kaufen es ist eigentlich ein neues headset kaufen weil ich eigentlich ein problem damit habe und nicht auf beiden ohren bei dem verblüht das Ich werde jetzt wirklich die Raffe ermöglichen. dann geht's hier noch 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 ich habe sie aus dem Staub gemacht was ist denn so seltsam konnte er sich denn aus dem Staub machen ohne dass ich ihn gehört habe muss ich echt aufpassen hinter mich gucken eben mich ich gerade nirgends hier Hier. Wirksam gemacht. Ich hab keinen Kill geholt. Oh mein Gott. Ich möchte ich aber auf die Seite vom Carry-Game. Weil mich das ziemlich genau durch die rote Zone führt. Die allerdings... ...deckt mein... ...Guck. Ich hab ein Déjà-vu. Ich hab so ein unendliches Déjà-vu. Und ich glaube, dass da oben einer drin ist. In den Häusern. Da oben. Also der hat mich nicht gesehen ganz offensichtlich. Angeschoss. Oh Gott, da ist der Loot gelandet. Das ist denkbar ungünstig. Hab ich ihn denn erwischt? Das ist auch denkbar ungünstig. Da hab ich ihn. Ich... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin schön, nur ich hätte ein erweitertes Magazin für die AUG. Ein bisschen Glück, dass ich hier erst mal gegen bin, ohne gesehen zu werden. Der SKS ist ein Wintertarn, das ist jetzt natürlich ziemlich ungewöhnlich, dass ich nur 90 Schuss für die AUG. Auch nicht ungewöhnlich. Warte ich. Hier geht ein Roller. CW-Flieger nicht. Als ich da vorne irgendwo abgeschmissen habe, ist das super für mich. Gut, dass wenn jetzt nicht gerade einer genau hier lang läuft, sollte ich tatsächlich... Wenn die aber jetzt da liegt, ist da nicht so gut sichtbar. Das kommt jetzt an. Wenn ich hier jetzt gucke, dann muss ich hier auf die Seite rüber. Dann habe ich wahrscheinlich... Im. Werde ich dann gleich wissen. Oh, die Teil von Query ist noch drin. Jetzt hier rechts durchgehe. Optimal. Query selber sollte jetzt kleiner sein. Ich habe leider keine Granaten mehr. Ist auch ungünstig. Da vorne noch einer SmartCank. Granate. Deplicate. 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 wieder in den Busch gelegt so, das heißt für mich aber gleich, dass ich durch den Zaun durch muss weil ich davon ausgehen kann, dass ich hier irgendwo hatte ich sie jetzt gleich nochmal in die Häuser drin das ist hier ruhig da hinten scheint der meiste Action zu die Häuser sind noch oh da waren noch 100 also auf die andere halt da haben wir uns die weiter rechts würde ich jetzt noch in das Haus mal gucken ja doch, warte, oh der Zaun ist drin gut auf einer Seite schützen da würde ich allerdings da hinten liegen muss sowieso laufen die Richtung jetzt hätte ich ganz gerne die gleich ist generell noch viel dass das vor mir einer ist eine bestimmtheit sagen ab ich meine ein ab 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 Oh mein Herz, ich höre mein Herz wirklich, weil ich merke, wie mein Herz schlägt. In der Richtung kann er nicht kommen. Ich bin nicht drin, vielleicht ist es nicht dann. Ich kann nicht hinter mir sein. Du bist also vor mir irgendwo. Ich bin nicht gut getrunken. Er ist auf der anderen Seite des Felsens und bewegt sich nicht. Ich hoffe, dass er nicht genau weiß. Das ist es gewesen. Ja! Ja! Alles klar! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020